Und kräftige Gewitterzellen, die haben am Abend vor allem im Südwesten von Deutschland für schwere Unwetter gesorgt. Hagelschauer verwandelten die Region rund um Freiburg im Breisgau in eine Winterlandschaft. Körner mit einem Durchmesser bis zu zwei Zentimeter, die fielen vom Himmel. Starkregen hat auch hier Straßen überflutet, mehrere vollgelaufene Keller, Tiefgaragen mussten von der Feuerwehr ausgepumpt werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor schweren Unwettern im Wochenverlauf. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.